Servus, ich bin Stefan Nützel und darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Video hier in meinem Kanal. Das Thema des heutigen Videos ist Studium oder Selbststudium, Akademiker oder Autodidakt. Immer wieder taucht dieses Thema auf, sei es in den Kursen, sei es in den Webinaren, sei es in den Chat bei den Livestreams. Und man merkt dann einfach dadurch, dass es eigentlich auch ein Thema ist, das alle immer wieder beschäftigt. Also ich glaube natürlich, die Leute, die an der Akademie studiert haben, die beschäftigt es am wenigsten. Aber natürlich die Autodidakten. Und da gibt es einfach auch immer wieder ein paar Themen und auch Ansätze, die ich in diesem Video einfach mal klären möchte. Studium oder Selbststudium? Das ist einfach auch eine Frage, die sich dann für bestimmte Leute dann auch irgendwann nicht mehr stellt. Weil in der Regel ist es ja auch so, dass man an die Akademie geht, wenn man relativ jung ist. Wobei ich natürlich sagen muss, ich habe einige Kolleginnen und Kollegen gehabt, die dann das auch auf dem zweiten Bildungsweg gemacht haben. Was aber auch schon schwierig war. Also das heißt, die Akademieprofessoren, die waren jetzt nicht wirklich so scharf auf fertige Menschen. Also fertige Menschen, die natürlich jetzt nicht mehr 20 waren oder Anfang 20, sondern dann um die 30 herum. Weil sie diese Person auch nicht mehr so gut formen konnten. Also das ist ja auch irgendwie mal ein bisschen eine zwiespältige Sache, weil die Professoren haben dann schon auch ein bisschen so ein Allmachtsgefühl gehabt, in dem sie dann auch gedacht haben, sie müssen jetzt die Leute so weit beeinflussen, dass sie sie auf ihre Linie bringen. Oder natürlich dann auch auf ihr Glaubenssystem, was ja in der Akademie irgendwie auch eine relativ wichtige Sache ist. Anfangs möchte ich natürlich erst einmal auch darüber sprechen, wie mein Werdegang ist. Denn aufgrund meiner schulischen Leistungen waren die Alternativen nicht besonders groß im Sinne der Berufswahl. Somit war dann irgendwann mal klar, dass ich irgendwas Kreatives machen möchte oder kreativ in dem Fall im bildnerischen Bereich mich aufhalten möchte. Und da war Grafikdesign auch eine der Sachen, die auch so ein netter Kompromiss waren zwischen angewandt. Also das heißt, man kriegt Aufträge und verdient auch Geld damit und natürlich ein bisschen künstlerisch. Und das war dann so eine Sache, dass ich dann diesen Weg gegangen bin und habe an der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule in Nürnberg habe ich Kommunikationsdesign studiert. Während des Studiums war es schon aber auch so, dass ich immer wieder zwiegespalten war zwischen der freien Malerei und dem Künstlerischen, was dann im Laufe des Studiums sich dann immer stärker herauskristallisiert hat. Jetzt in dem Sinne natürlich auch, dass mein Professor ein Künstler war, der jetzt nicht unbedingt so viel Wert darauf gelegt hat, dass im Grafikdesign das jetzt so war, dass wir jetzt unbedingt angewandt arbeiten mussten. Also das heißt, sein Fach war Illustration und es konnte Illustration sein, musste es aber auch nicht. Nach dem Grafikdesign-Studium habe ich dann mich an der Akademie beworben. Ich hatte dann das Glück, bei Johannes Grutz zu studieren, der schon seit Anbeginn meiner Malerei einer meiner Helden war und ich verlinke euch auch hier mal ein Video, das ich über ihn gemacht habe. So könnt ihr einfach auch mal einen Einblick kriegen, bei wem ich studiert habe und was für ein toller Maler der war. Ich habe dann nochmal sechs Jahre an der Akademie studiert und das war aber auch eine Zeit, die ich auch ganz gut nutzen konnte. Im Hinblick darauf, dass ich nach dem Grafikdesign-Studium einfach auch gesagt habe, okay, jetzt fange ich wieder von Anfang an an und habe dann so gearbeitet, dass ich wieder die Grundlagen mir angeeignet habe. Also das heißt, am Anfang meines Studiums habe ich erstmal schwarz-weiß gearbeitet und habe dann langsam die Farbe dazugenommen in Form von Lasuren und habe mit Eintemperi gemalt. Ich bin zu den Grundlagen zurückgekehrt und habe auf das aufgebaut. Grutzke war dann eigentlich auch ein guter Begleiter in dieser Sache. Und was natürlich die Vorteile der Akademie sind und waren, da werde ich dann auch nochmal drauf kommen. Seit meiner Studienzeit ist es aber auch so, dass ich in der Erwachsenenbildung tätig bin. Also das heißt, ich habe damals im Studium schon angefangen, Kurse zu geben und bin eigentlich dann auch in einen Bereich gekommen, wo ich dann jetzt auch den Einblick habe, wie jetzt man auch auf dem autodidaktischen Wege sich das dann aneignen kann. Was mir in den Kursen dann immer wieder aufgefallen ist, das ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den akademischen Weg schon recht verklärt haben. Und das finde ich irgendwie erstaunlich. Also das heißt, es wurde so ein Nimbus aufgebaut, wobei ich natürlich sagen muss, das ist, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht einmal so erstaunlich, weil ich hatte das auch. Ich hatte eigentlich auch so eine ideale Vorstellung von dem, wie es an der Akademie so ist. Und wenn man dann dort ist, dann bröckelt natürlich die Fassade etwas und dann kann man dahinter schauen und dahinter ist es halt dann doch nicht alles Gold, was glänzt, würde ich sagen. Aber natürlich, wenn du jetzt nicht wirklich den Einblick hast, dann ist es eben so, dass man dann natürlich denkt, das ist so wunderbar, das sind lauter Künstler und die treffen sich, die sind zusammen und reden über Kunst. Und es gibt dann einfach diese positiven Stereotype, die dann immer wieder kolportiert werden, die aber tatsächlich einfach nicht der Fall sind. So will ich einfach auch mal die Unterschiede aufzeigen und einfach auch mal besprechen, was jetzt auch dann an der Akademie so der Schwerpunkt ist, was die Vor- und Nachteile sind, an der Akademie zu sein, was im autodidaktischen Weg die Vor- und Nachteile sind. Und ich hoffe, dass das dann eigentlich auch mal ein bisschen diese ganze Situation erhält. An der Akademie lernt man auf jeden Fall eine Sache besonders gut, nämlich heiße Luft zu reden. Es ist blöderweise halt einfach auch so, dass in der Akademie das nicht mehr wirklich so ist, dass die, das erste Mal bei uns war noch das Meisterklassensystem. Also das heißt, es hat einen Lehrer gegeben, den Professor, und der hatte dann einfach eine Meisterklasse. Also es war die Klasse Grützke, das war die Klasse Hundertwasser, das war die Klasse Rainer, das war die Klasse, also das war einfach auch noch so sehr, zu der Zeit waren eben diese einzelnen Persönlichkeiten, die standen mit ihrem Namen dann auch für diese Klasse. Was aber die Problematik war, dass diese Professoren, nicht wie die Generation vor ihnen, die ich noch mal erlebt habe, also so würde ich jetzt sagen, so nach dem Krieg, so 50er, 60er Jahre, diese Professoren haben ein Atelier in der Akademie gehabt und waren dementsprechend immer präsent oder halt größtenteils präsent. Und das hat bedeutet, dass diese Akademie-Professoren dort gearbeitet haben und waren greifbar für die Studenten, haben aber auch Beispiele gegeben. Und dieses Beispiel geben, das ist für mich eine Sache, die ziemlich wichtig ist, weil wir meiner Meinung nach mehr über das Visuelle lernen als über das, über die Gespräche und über das Intellektuelle. Und das ist die Problematik natürlich der Akademie jetzt. Und das Ganze war damals eigentlich auch schon während meiner Zeit relativ schlimm, denn man lernt wirklich einfach dann alles zur Kunst zu erklären und heiße Luft zu fabrizieren, schlau drüber zu reden. Die Professoren sind nur zu den Klassenbesprechungen gekommen, weil sie dann irgendeine Professur hatten irgendwo. Sprich, wenn jetzt ein Professor in Berlin hockt oder in Hamburg hockt und hat eine Professur in Nürnberg oder er heigt in Berlin und hat die Professur in Wien, dann ist es eben so, dass er ein paar Mal im Monat oder einmal im Monat kommt und dann Klassenbesprechungen macht. Also das heißt, man sieht ihn nie arbeiten, er hat kein Atelier dort und somit ist dann der Schwerpunkt auf das Reden über die Kunst. Das heißt, die Studierenden kommen dann an, zeigen ihre Arbeiten, es wird bla bla gemacht und das lernt man eigentlich am meisten. Ein Vorteil, den die Akademie natürlich dann schon auch hat, ist, dass wenn man jünger ist, nimmt man die Dinge anders auf. Also für mich ist es so, ich habe in diesen beiden Studien, die ich gemacht habe, in Grafikdesign und in der Malerei, war es so, dass ich unheimlich viel Aktzeichnen gehabt habe. Und ich war jetzt eigentlich auch nicht einer, der permanent zum Aktzeichnen gerannt ist oder sich dann auch total reingebohrt hat, aber ich habe es einfach mitgenommen. Genauso wie die ganzen Werkstätten mit den Drucktechniken und das Ganze. War einfach der große Vorteil, dass man natürlich dadurch einfach ganz nebenbei diese Sachen mitgenommen hat, weil man einfach so viel Zeit hat. Und in dem Alter, wenn man jetzt irgendwie Anfang 20 ist, wobei ich irgendwie mit 26 an die Akademie gekommen bin, wenn man Anfang 20 ist, dann ist es eben so, man glaubt ja auch, dass man das ewige Leben hat und einfach unheimlich viel Zeit im Leben. Und je älter man wird, desto mehr wird man sich natürlich dieser Endlichkeit bewusst, die dann, da komme ich dann auch noch drauf, dann die Autodidakten einfach jagt, die einfach ältere Semester sind. Ein anderer großer Vorteil von der Akademie ist natürlich die gute Infrastruktur. Also die bedeutet, dass man Ateliers zur Verfügung gestellt bekommt und in der Regel ist es eben so, dass diese Ateliers richtig prächtig sind. Man muss natürlich mal schauen, also wenn man jetzt zum Beispiel mal so einen Rundgang hat an der Akademie, kann man gerne mal hingehen, egal ob man jetzt in München hockt oder in Hamburg oder in Berlin oder in Wien. Da gibt es immer wieder dann die Jahresausstellungen und da kann man dann mal hingehen und hat dann auch die Möglichkeit, die Ausstellung zu sehen. Das heißt, die Arbeiten der Studierenden und aber auch natürlich mal in die Ateliers reinzukommen, was ganz interessant ist. Für mich war das so, dass diese Infrastruktur dann sich nicht nur auf die Atelierräumlichkeiten bezogen hat, sondern eben auch auf die Werkstätten. Und wir hatten gute Werkstattleiter und das ist aber auch etwas, was ich dann auch von meinen Wiener Kollegen gehört habe, dass eben die Fachlehrer dann meistens die waren, von denen man am meisten gelernt hat. Sprich Maltechnik, wir hatten auch eine tolle Schreinerei. Das heißt, da haben wir gelernt, wie man Bilderrahmen baut. Wenn man Plastik gemacht hat oder Bildhauer war, war aber auch als Maler, konnte man dann auch in die Gipswerkstätten gehen. Also das heißt Gipsguss, Lithographie, Radierung, also all diese Werkstätten, wo eben auch immer ein Fachlehrer war, der einem einfach das Metier erklärt hat und der einem erklärt hat, wie die Sache funktioniert. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch, dass man sehr viel von den Mitstudierenden lernt, denn die Professoren ziehen sich meistens raus. Also das ist irgendwie, da habe ich schon in den 80er Jahren eine Dokumentation gesehen und da haben sie dann irgendwie die ganzen Großen genommen, die damals unterrichtet haben und das waren dann irgendwie so der Lüppertz und Graupner, ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war. Ich glaube sogar, der Rittlitschka war auch dabei. Und der Grundtenor dieser Professoren war, Kunst kann man nicht lehren. Und da haben sie auch recht, weil das einfach auch eine persönliche Sache ist. Da werde ich dann auch nochmal im Resümee drauf zu sprechen kommen. Denn was man wirklich lernen kann, ist Technik und Handwerk. Nur ist aber das Problem, dass natürlich im 20. Jahrhundert Kunst nicht mehr vom Können kommt. Das heißt, es ist eine Behauptung. Es ist eine Behauptung, dass es jetzt Kunst ist. Und das bedeutet aber nicht unbedingt, dass das Vehikel, also die Sprache, die ich verwende, unbedingt gekonnt sein muss. Und das sieht man natürlich immer wieder aller Orten, dass natürlich die Malerei sehr oft dilettantisch daherkommt, weil es einfach um den Inhalt geht. Oder der Inhalt einfach viel größer ist. Oder das Intellektuelle dann auch noch größer ist. Und wir haben natürlich das Problem an den Hochschulen, ganz allgemein. Es ist so, wenn du an eine Musikhochschule gehst, dann kommst du, sagen wir mal, nach der Matura oder in dem Abitur, kommst du dann da hin. Und bis dahin hast du aber schon, seitdem du, je nachdem wann du angefangen hast, wenn du ein Kind warst oder so, hast du halt einfach dann schon das Musizieren angefangen. Das heißt, du hast die Grundlagen bis zu dem Punkt, wo du dann das Studieren anfängst. Und diese Professoren sagen dann, wir machen dann keine Grundlagen, sondern wir führen das weiter. Und die Problematik beim Malereistudium ist natürlich, oder beim Kunststudium ist, dass in unseren Schulen keine Grundlagen vermittelt werden. Also das heißt, in den Schulen werden keine Schraffurtechniken verwendet oder erklärt. Es wird einem nicht erklärt, wie man zeichnet, die Grundlagen, Komposition, eben bildnerische Erziehung oder eben dieses, wie stelle ich was dar, wie lerne ich besser zeichnen, wie sehe ich besser hin, Farblehre und all diese Sachen, die werden nur angekratzt und relativ oberflächlich gemacht, weil ja natürlich diese BE-Lehrer oder diese Kunsterzieher auch aus dem System kommen und blöderweise auch nicht wirklich viel können. Das ist natürlich auch so die Schwierigkeit. Und somit ist es so, dass die Akademie dann hergeht und sagt, wir machen keine Grundlagen. Aber der Studierende, der da hinkommt, hat eigentlich nur mangelhafte Grundlagen. Und dementsprechend zieht sich das dann durch das ganze Studium. Und somit ist es auch so, dass man am Ende des Studiums ganz oft dann gar nicht mehr wirklich erkennen kann, ob derjenige oder diejenige am Ende des Studiums ist oder am Anfang, weil die Sachen manchmal so dilettantisch daherkommen. Also eben auch vom technisch-handwerklichen, was aber auch kein Schwerpunkt mehr an der Akademie ist. Also das heißt, wenn man jetzt als Autodidakt jetzt dann die Vorstellung hätte, dass man an der Akademie das Malen lernt, dann ist es nicht der Fall. Selbst beim Professor, wie ihn ich gehabt habe, war es eben so, dass der Grützke relativ vorsichtig war, mit dem uns Tipps zu geben, dass wir vielleicht irgendwie mal einen Gipsabguss abzeichnen könnten. Also das hat sich jetzt in den Jahren sogar verändert, weil es immer wieder Akademien gibt oder eben auch jetzt so diese Mal-Ateliers, die in der Tradition dieser Ateliers im 19. Jahrhundert sind, die bilden relativ traditionell aus. Und da kann man das natürlich dann finden. Aber an einer Akademie wäre das völlig reaktionär und ketzerisch zu behaupten oder jetzt den Studierenden vorzuschlagen, mal eine Gipskulptur oder ein antikes Relief abzuzeichnen. Was natürlich im 19. Jahrhundert sehr stark gemacht wurde. Und das wäre dann dieser Rückschritt, den wir alle nicht wollen. Wo man an der Akademie natürlich auch viel lernt, das ist durch die Besprechungen der eigenen Arbeit. Und natürlich, dass man sich die ganze Zeit in dem System aufhält. Also das heißt, man ist einfach in dieser künstlerischen Blase, vielleicht machen wir auch ein bisschen einen Elfenbeinturm, aber das hat einfach den großen Vorteil, dass man sich immer mit dem Thema auseinandersetzt. Und dieses Thema oder aber auch die eigene Arbeit somit einfach auch so einen Stellenwert bekommt. Also eine große Stärke ist sicherlich, die mir mein Grützke vermittelt hat, war die Wichtigkeit meines Tuns. Wie wichtig meine Malerei ist und dass es nicht nur ein Hobby ist. So wie das ja ganz oft von irgendwelchen anderen Menschen oder Nichtwissenden einfach so hingestellt wird. Also man kann es schon nebenbei machen. Aber das ist nicht nebenbei, das ist existenziell, was man macht. Und das führt mich natürlich dann auch wiederum am Schluss zu meinem Resümee, warum und um was es tatsächlich geht, ob Autodidakt oder Akademiker. Autodidakt oder sich selber das beizubringen, hat natürlich einen großen Vorteil, nämlich, dass man unvoreingenommen ist. Das heißt, man kann sich ohne all diese Vorgaben, die jetzt zum Beispiel in der Akademie eigentlich auch so unterwegs sind, entfalten und entwickeln. Denn interessanterweise ist es so, dass an der Akademie, und das war etwas, was ich wahrgenommen habe, an der Akademie gibt es so keine Do's und Don'ts, also so diese Geschichten, dass man dann zum Beispiel etwas macht oder nicht macht. Aber das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Gipsabguss, ist dann trotzdem so, dass es nicht direkt formuliert wird, aber es ist einfach so, dass man das nicht macht. Und somit gibt es in der Akademie unheimlich viele Regeln, die gar nicht richtig ausgesprochen werden. Das heißt, das ist dann keine Kunst mehr und das andere ist dann wieder Kunst. Und das ist ein unheimlich reaktionäres System im Sinne dessen, dass es auch in den unterschiedlichen Kunstsparten so ist, dass man da immer irgendeine Glaubensgemeinschaft einhängt. Also zum Beispiel der Gegenständlichen oder der Abstrakten oder der Konzeptuellen oder der Bildhauerischen. Und dementsprechend ist es auch so, dass ganz oft an der Akademie keine Kommunikation stattfindet im Hinblick darauf, dass man sich austauscht. Also das wäre ja auch wirklich wahnsinnig interessant, jetzt mit einer anderen künstlerischen Auffassung sich auseinanderzusetzen und somit dann vielleicht Inspiration für das eigene Werk zu machen, das aber nicht unbedingt direkt was damit zu tun hat. Das heißt, man kann aus Installationen was lernen, man kann aus Skulpturen was lernen. Also man kann aus allem was lernen, aber diese Diskussion findet in der Akademie nicht statt. Und diese Unverbrauchtheit der Leute, die jetzt in den Kursen sind oder die eben sich das selber beibringen und gemeinsam dann auch ausstellen, da merkt man das viel mehr, dass die mehr aufeinander zugehen und natürlich auch diese Begeisterung eines Amateurs haben. Und Amateur meine ich gar nicht immer negativ, sondern ein Amateur ist ein Liebhaber der Sache. Und das spürt man an der Akademie oft nimmer, diese Liebe zu dieser Sache, weil es dann plötzlich so ernsthaft wird und man muss Kunst machen. Und wenn ich immer wieder dann zu diesen Ausstellungen gehe, wo halt auch relativ viele Autodidakten dabei sind, da ist es eben so, dass da mit einer ganz anderen Freude ausgestellt wird. Das führt aber natürlich zu einem anderen Problem, nämlich das, was ich in meinen Kursen auch immer wieder festgestellt habe, dass manchmal zu wenig Intellektualität da ist. Also sprich, es geht dann so, dass man dann immer wieder sieht, dass es darum geht, irgendwie schöne Bilder zu malen. Also man will dann malen, man will das Malen lernen, weil man will das Handwerk lernen und vergleicht auch ständig. Das heißt, man schaut dann zum Beispiel, so wie der Waldmüller, da möchte ich auch malen oder wie dieser oder wie jener oder diese. Also das heißt, da ist es dann so. Und da wird dann auch daran gearbeitet, was ich total super finde. Es wird daran gearbeitet, dann dort hinzukommen und natürlich sich handwerklich dann auch weiterzuentwickeln. Aber meiner Meinung nach steht das Streben nach einem schönen Bild, einem guten Bild im Wege. Und somit ist es eben so, dass es schon einfach auch mehr Konzeptualität und Intellektualität braucht. Aber es geht aber auch noch um was anderes, nämlich um den Inhalt. Das heißt, was dann oft in den Kursen bei den Autodidakten vergessen wird, das ist, dass es eine Sprache ist. Dass es darum geht, das, was in einem drinnen ist, auszudrücken und das natürlich in die adäquate Form zu bringen. Wie ich schon erwähnt habe, war das so, dass an der Akademie, das zu meiner Zeit, ich weiß es auch jetzt gar nicht mehr genau, wie es jetzt im Moment ist, ist es so, dass es diese Meisterklassen gegeben hat. Man hat sich dort beworben und ist dann von diesem Professor genommen worden. Meistens war man auch relativ naiv. Und somit war man dann eigentlich auch so auf diesen Professor festgelegt. Und man hat dann, wenn man mit dem eigentlich auch zurechtgekommen ist, also gehen wir mal vom Idealfall aus, wenn nicht, hat man wechseln können, wenn man schon mal in der Akademie war, aber man hat sich dann zurechtgefunden mit dem Professor. Dann war es dann aber auch so, dass man dann auch nicht wirklich so viele verschiedene Einflüsse bekommen hat. In dem Meisterklassensystem an der Akademie war das eben so, dass man in der Regel einen Professor hatte und ein paar Assistenzprofessoren, die aber natürlich auch auf seiner Linie waren. Und somit ist es so, dass die Einflüsse, die auf einen zugekommen sind, relativ reduziert waren. Also das heißt, man war dann auf eine Person und eine künstlerische Auffassung dann festgelegt. Man hat jetzt nicht in der Akademie, das habe ich vorhin schon auch erwähnt, wechseln können zu einem oder anderen oder hat dann einfach mal in die anderen Klassen reingeschaut und gesagt, das finde ich jetzt aber auch interessant oder da kann ich auch noch was rausziehen. Sondern man hat dann eher ein bisschen so einen Tunnelblick gehabt und man wurde dann eingeschworen auf eine bestimmte Kunstrichtung oder eine Geisteshaltung. Und in dem Fall, wie ich es gerne mal sage, das ist irgendwie ein Glaubensbekenntnis. Und der Vorteil natürlich, autodidaktisch sich fortzubilden, ist eindeutig, dass man die Möglichkeit hat, zu verschiedenen Kursen zu gehen und auch somit dann verschiedenste Lehrer wahrzunehmen. Das ist wiederum, wie es im Leben so ist. Es gibt eben Vor- und Nachteile. Der Vorteil davon ist eben, dann die Möglichkeit zu haben, verschiedene Sachen sich anzuschauen und somit dann auch in diesem Prozess auch rauszufinden, was einem am besten liegt. Der Nachteil der Sache ist natürlich auch, dass wenn man das nicht findet, dann zerfasert man sich. Wenn man aber das dann gefunden hat, dann wäre es aber schon auch wichtig, dann auch in der Hinsicht dann auch weiterzumachen und sich da drauf zu konzentrieren. Weil das einfach dann auch wichtig ist, etwas zu vertiefen. Und da sehe ich das natürlich auch immer wieder, dass dann zum Beispiel Leute, die sehr viele Kurse besuchen und sehr viele Tutorials sich anschauen, man immer wieder sieht, wie die dann in den Techniken oder in den malerischen und bildnerischen Auffassungen hin und her springen. Das ist bei den Fotografen noch viel extremer. Das heißt, die machen einen Workshop bei dem und bei dem und dann siehst du plötzlich irgendwie, wo sie ihre Einflüsse haben und wo sie halt Sachen dann hernehmen. Bei der Malerei ist es sicherlich ein bisschen langsamer, weil man halt auch aus seiner eigenen Sache nicht ganz so rauskommt. Also das heißt, seine eigene bildnerische Auffassung oder auch das, was die Hand einem vorgibt, ist viel mehr festgelegt. Aber es geht dann schon darum, jetzt auch seinen Weg dann zu finden und sich selber dann treu zu werden und so. Und das ist natürlich einfach ein wichtiger Aspekt. Wir leben natürlich auch in einer Zeit mit dem Online-Tutorial. Also die Verfügbarkeit dieses Wissens ist immens geworden. Also früher waren es Bücher, Mal-Lehrbücher. Da hat man vielleicht eine Bibliothek gehabt oder musste irgendwas bestellen oder musste im Buchladen gehen. Das ist aber auch so, dass das Ganze viel, viel größer geworden ist. Dann waren es irgendwie DVDs. Dann waren es dann die Kurse, die man machen kann bei diesen Leuten. Und jetzt ist es einfach so, man muss sich gar nicht mehr bewegen. Das heißt, man hat alles verfügbar, indem man dann auf verschiedene Lernplattformen geht oder auch auf YouTube wie hier. und somit dann die Möglichkeit hat, auf unheimlich viel zurückzugreifen. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich, so schön wie das ist, ist es einerseits einschüchternd und andererseits ist es überwältigend. Und aber auch, wie ich schon erwähnt habe, natürlich etwas zerfasernd. Und es ist dekonzentriert einen. Das bringt einen dann einfach auch dahin, mir geht es ja auch nicht anders, dass ich so viele tolle Auffassungen sehe. Es ist ja nicht einmal, dass ich jetzt sage, ah, das ist so viel Mist unterwegs. Das ist einfach so viel Beeindruckendes. Also ich sehe so viele gute Malerinnen und Maler, die mich beeindrucken, wo ich mir denke, wow, was die alles können und so. Und das ist natürlich dann so, dass es einen dann irritiert und dann manchmal eigentlich auch so vom eigenen dann wieder wegbringen kann. Ein anderer Aspekt, der auch immer wieder zum Tragen kommt, in den Kursen sind in der Regel, also in den Malkursen sind in der Regel auch eher ein bisschen ältere Semester oder wie ich sie gerne nenne, antiquarische Teenager. Und da ist es eben so, da habe ich auch immer beobachtet, dass denen dann auch manchmal die Unbeschwertheit der Jugend fehlt. Jetzt in dem Sinne, ich mache das jetzt einfach, ich pfeife drauf, ist egal. Da ist es eben so, die sind sich dieser Endlichkeit bewusst und verkrampfen dadurch auch natürlich immer mal eher. Also jetzt in dem Sinne, dass sie es mehr erzwingen wollen, dass sie es mehr wollen und natürlich auch unter Druck sind, weil sie nicht mehr so viel Zeit haben. Da kann ich aber nur dazu sagen, da gibt es echt ein wunderbares Beispiel, nämlich die Grandma Moses, die, glaube ich, mit 80 das Malen angefangen hat. Und die hat irgendwie auf einer Farm im Mittleren Westen gelebt und die ist eine der großen, naiven Malerinnen. Und nachdem sie halt irgendwie keine Ahnung wie viele Kinder und wie viele zig hunderte Enkelkinder und Urenkelkinder dann hatte, haben sie irgendwann einmal zu ihr gesagt, ey Grandma, du kannst es mal ein bisschen locker lassen und du brauchst nicht mehr so viel arbeiten. Und dann hat sie das Malen angefangen und hat dann einfach noch eine Karriere hingelegt. Das Malen ist etwas, was man bis ins hohe Alter machen kann. Das heißt, der Renoir, den haben sie die Pinsel an die Gichthand gebunden. Der Jack Close, der sitzt im Büro-Stuhl und dem werden auch die Pinsel an die Hand festgemacht und hat die Leinwand, die immer auf und ab fährt, damit er irgendwie immer an die richtige Stelle kommt. Also dem sind wirklich auch keine Grenzen gesetzt. Und dementsprechend ist es einfach auch so, dass man das eigentlich auch bis ins hohe Alter machen kann. Also das ist natürlich eine ganz super Sache. Weil ich schon auch bei der Grandma Moses war, gibt es eben zwei total hervorragende oder herausragende Beispiel von Autodidakten, die ich sehr schätze, nämlich Francis Bacon und Vincent van Gogh. Francis Bacon war Innenarchitekt und wurde gefördert von einem Maler, Graham Sutherland, den er immer ein bisschen verschweigt. Der hat ihn dann irgendwie auch, das war so sein Mentor, aber er hat eigentlich kein formales Studium absolviert. Vincent van Gogh war so, dass ein Onkel von ihm war Maler und der hat ihn dann auch ein bisschen unter die Arme gegriffen. Aber tatsächlich hat der auch unheimlich viel, oder van Gogh hat aus Büchern gelernt. Also aus einem Malerbuch zum Beispiel. Also der ist in dem Fall vor 140 Jahren, hat er das auch schon, oder 130 Jahren hat er das natürlich auch so gemacht. Also insofern ist es jetzt nicht ganz so neu, diese Sache dann auf dem Wege dann zu lernen. Abschließend kann ich eigentlich nur dazu sagen, macht euch nicht zu viel Gedanken drüber. Weil es ist einfach so, jeder muss seinen Lebensweg gehen und der eine hat dann die Akademie absolviert, der andere hat sie nicht absolviert. Aber das heißt, es gibt eben vielleicht ein paar Hürden, dass zum Beispiel immer wieder gesagt wird, dass es schwieriger ist, in Galerien reinzukommen, wenn man kein akademisches Studium hat. Letztendlich geht es um das Werk. Und wenn das Werk überzeugt, dann ist es echt wurscht, welchen Abschluss du hast. Dieses immer wieder drüber nachdenken, das ist immer auch eigentlich ein bisschen so dieser Effekt, zu sagen, the grass is always greener on the other side. Und das ist eigentlich auch so eine Sache, das bringt nichts. Denn letztendlich ist es so, dass nur wenige Künstler, egal aus welchem Weg, dann tatsächlich eine bestimmte Stufe erreichen. Und ich rede jetzt nicht einmal davon, dass sie erfolgreich sind. Ich rede auch nicht, dass sie berühmt sind. Und ich rede auch nicht davon, dass sie viel Geld verdienen. Oder eines von den dreien. Das kann natürlich auch das sein. Diese Sache ist schwierig zu definieren, weil es ist im Endeffekt was Individuelles. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, okay, ich will viel Geld damit verdienen. Die anderen sagen, ich will halt relativ berühmt sein. Die anderen sagen, ich will das einfach machen und will meine Ruhe haben. Das heißt, ich schaue jetzt einfach, dass ich mir die finanzielle Grundlage schaffe und es ist mir wurscht. Diese bestimmte Stufe, die definiert ihr selber. Und der kleinste gemeinsame Nenner, den ich jetzt so sehe, das ist, dass die Leute das machen, was sie gerne machen und dass sie dabei bleiben. Weil auch an der Akademie oder besser gesagt Akademieabsolventen ist es eben so, dass nur ein Promilleanteil dabei bleibt. Und somit ist eben dieser Auswahlprozess, in dem Fall das Leben sogar macht, extrem stark. Und somit bleiben eigentlich auch nicht wirklich viele Leute übrig. Da ist es auch so, dass es keinen Unterschied macht, ob du Akademiker oder Autodidakt bist. und das alles Entscheidende ist für mich wirklich tatsächlich das Werk. Und das Werk, das definiert sich aus dem, was du zu sagen hast, was du mit deiner Arbeit ausdrücken möchtest. Und für mich definiert sich auch Kunst so, weil es geht nämlich eben darum, dass es um die Aussage geht und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass die Form völlig egal ist. Also ich denke, ein Großteil der Kunst, der ist es relativ egal. und je dilettantischer das daherkommt, desto unverbildeter wirkt es. Meine Auffassung ist einfach, dass man diese Aussage hat, das, was einen drückt, was man unbedingt aussagen möchte. Und dann bemüht man sich um die richtige Form. Und diese richtige Form kann tanzen, kann Poesie sein, das kann Gemälde sein, das kann eine Skulptur sein, das kann ein Video, das kann Fotografie sein, das kann alles sein. Wichtig ist nur, dass man sich dann dabei dann das Wissen aneignet, um das bestmöglich auszudrücken, was man ausdrücken möchte und was in einem drängt, was heraus möchte. Dementsprechend arbeitet, arbeitet, arbeitet. Nun bin ich gespannt auf deine Meinung. Schreib mir deine Meinung unten in die Kommentare rein. Vielleicht hast du andere Erfahrungen gemacht. Vielleicht hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Oder auch noch andere Aspekte, die du in die Kommentare noch reinschreiben kannst. Ich freue mich natürlich. Ansonsten lass mir ein Abo da, falls das noch nicht geschehen ist. Gib mir einen Daumen hoch. Und ja, freue mich natürlich drauf, dich wieder beim nächsten Video hier zu sehen. Und bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und alles Gute. Bis dann. D